Stopp, 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 Leute. Wir sind uns schon einig, dass wir hier ein Fitnessstudio betreiben, oder? Theo, mein von Natur aus dünner Kollege. Mit deinem Post kommunizierst du eindeutig, dass man nur gut aussieht, wenn man wie diese durchaus gut aussehende junge Dame hier schlank ist. Das nennt man Fettshaming. Fettshaming. Nee, Aussehen ist natürlich subjektiv, ja. Aber ich zum Beispiel stehe auf dünne Menschen. Wow. Nee, Finn, entspann dich. Das darf man sagen. Glaube ich.